Ich bin Julia Ravski und der Leiter von WSR. Ich nehme dieses Video auf. Waren, ich bin der Ukraine. Der größte Teil unseres Unternehmens, nämlich unsere Kunstwerksstadt, befindet sich in der Ukraine, in der Stadt Zaporozhin. Wir brauchen dringend eure Hilfe. Schaut euch bitte unsere Gemälde an. Und wenn euch etwas gefällt, kauft bitte unsere Gemälde. Alle unsere fertigen Bilder werden aus unserem Lager in Dortmund versendet. Mit jedem Verkäufer gemeldet, unterstützt ihr uns in dieser schwierigen Zeit. Vielen Dank für eure Hilfe.